Wie hat man sich vorbereitet jetzt auf diese Tortur? Ja, ich habe mich vorbereitet seit Anfang November. Dürfen wir den Applaus haben für die Startner 04? Wintertraining, Februar, draußen schneit's. Ergometerzeit ist angesagt. Trainingseinheiten, was ich da mache am Ergometer, hauptsächlich Grundlagen. Und Intervalltraining. Ich probiere das da möglichst kurzweilig zu machen. Und da habe ich in den Fernseher, kann auf die warmen Zeiten bei den Rennen, wo ich mitgefahren bin. Da habe ich die Startnummern, da denke ich auch recht gerne wieder zurück an die Zeit, wo ich da mitgefahren bin. Da habe ich gewissen Berge gegessen, gewissen Pässe. Auf dem Ergometer setze ich mich dann drauf, fahre ich da zwischen zwei und sechs Stunden. Je nachdem, was für ein Programm ich fahre, was für Intervalle ich fahre, ob ich hauptsächlich im Grundlagenbereich fahre oder ob ich Krafttraining mache. Ich habe da relativ oft beim Drei-Länder-Giro teilgenommen und habe immer die Fahrer bewundert, die bei so einem Event mitfahren und solche Strecken, solche Höhenmeter überwinden. Und da war einmal mein Ziel, ich möchte das irgendwann einmal probieren. Natürlich braucht es eine lange Vorbereitungszeit und das ist mir hoffentlich heuer gelungen. Ich werde das einmal auf alle Fälle in Angriff nehmen. Das Rater ist ein Ein-Tages-Rennen. Das heißt, das Rater ist ein Ein-Tages-Rennen. Das Rennen wird in einem durchgefahren, ohne Schlafpausen. Es wird das Rad eigentlich nur verlassen zum Toilettenbesuch bzw. Kleidungswechsel oder kurz einmal eine Verpflegungsaufnahme. Ansonsten wird das Rennen durchgefahren, ohne Pause, ohne Stopp, über die ganze Runde. Die Runde ist in dem Fall jetzt 540 Kilometer lang. Was dieses Rennen zum schwersten Rennen der Welt macht, sind die Höhenmeter. Die Höhenmeter sind unglaublich. Es sind 14.000, 14.500 Höhenmeter zu bewältigen. Und das im einen Zug und die Nacht durch. Und von dem her macht das den Unterschied aus zu anderen Ein-Tages-Veranstaltungen und macht dieses Rennen zum härtesten der Welt. Die Höhenmeter Also mein Ziel ist aufgrund dessen, dass ich jetzt zwar mit 50 Jahren schon noch ein Rookie bin, also die erste Teilnahme am Rata ist eigentlich das oberste Ziel, gesund, unfallfrei in der vorgegebenen Zeit ins Ziel zu kommen und wenn möglich ein kleines Ziel im Hintergrund habe ich, vielleicht die 30 Stunden zu unterbieten. Musik 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 Gut, ich habe eigentlich keine spezielle Vorbereitung. Ich trainiere eigentlich das ganze Jahr tagtäglich, meine 2-3 Stunden, vor sämtlichen Marathons, die so im Umkreis in Österreich sind und ich fühle mich sehr gut in Form. Musik Ja, ich habe ein gutes Betreuungsleben, das ist zum einen mein Bruder, jedenfalls ein sehr guter Radfahrer, ein Marathon erprobt der Radfahrer und mein Freund der Andi, ebenfalls Marathon erprobt, die werden mich hoffentlich gut und sicher die Schrecken erholen. 3, 2, 1, los geht's! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020